So, da sind wir wieder und wir müssen, wir müssen, genau, wir müssen, eigentlich wollte ich mal den Turm freischalten, ja, wo ich immer durchgefallen bin, ohne das Fliegzeug, aber ich muss ja den Turm dafür freischalten. Also, machen wir erst mal, ziehen wir uns erst mal rüber, ganz gemächlich. Huiuiuiuiui, dat war knapp. So, hör auf. Wieso können wir uns da nicht hochziehen, irgendwo? Das ist doch der Tower, oder? Ja. Nein! Das ist das Buggy House. Ach, leck. Leck mich fett. Das gibt's doch nicht. Da kannst du dich nirgends hochziehen. Das ist ja genauso Buggy. Boah, meine Fresse. Wow. Darauf hat ich den ganzen. Nix da. Das ist unser Revier. Was ist das? Was ist das? Das ist unser Revier. Dich vergloppen! So! Trotzdem, das nervt mich gerade mit diesem fehlerhaften Haus da hinten. So, wo waren wir denn jetzt? Wieder am ADW. Ah, okay. Ja, was haben wir denn da Schönes? Ein Bömmchen. So, kryptographischer Sequencer. Dann packen wir es mal. Rätselkiste! Und nochmal! Ah, halt das wasche, dude. Ah! Ah! Verfügbare Einheiten, Statusmeldungen bitte. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Okay. So. Da müssen wir jetzt auch aufpassen, weil das ist genauso buggy. Aber da komme ich nirgends hoch. Da komme ich nirgends hoch. Wenn du die Block hier aber willst, musst du die Steuer zahlen. Du bist tot. Alle Blocks stehen zur vollen Verfügung. Dann treiben wir die Steuer halt auf die Arte-Tour ein. So. Puh. Der muss jetzt irgendwie leise ins GCPD kommen, nicht so wie beim letzten Anlauf. Okay. Da sieht man schon mal keiner. Aber geht auch nicht weiter. So. 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 Und jetzt, was? Wir werden nicht bezahlen. He-he. Nichts da, man. Ich krieg mal ganz zu mir. Ich hab den Ferdern gerade in Verhören. Jetzt hast du es denn? Ach du mal hier. Ach du mal hier. Dass ist es. Ich bin wieder weg! Ich hab was! Nicht nur noch die Tür hier drüben! Nein, nur noch auf der Tür. Dann begegnen Sie sich so, und in Ihrem Mösser, und in die Blattung, und in der Küche. Verteidige dich, du Anfänger! Wir sollten dich zurück in die Akademie schleifen. So. Gleittritt allein reicht da nicht. Nein, der ist ausgeschaltet. So, du verfolgst mich also. Die Tür hier ist gesichert! Eins, zwei, drei, vier, fünf, und alle bewaffnet! Ach, die Schande! Ist da unten noch einer? Ne, der ist bewusstlos. Ähm, ähm. So. Wir müssen ein bisschen auseinanderlaufen. Wir müssen ein bisschen auseinanderlaufen. Ein. Seht, nicht! Und da ist eine der Anstieg nun. Achtung! Verflussbare Einheiten! Uns wurde ein Geweiterbering vom advertisers gemacht. So. Jetzt ziehen wir uns wieder da rauf. Ähm. So. Waren wir schonmal ein weniger. Achtung! Das weiß er doch. So, wieder einer weniger. So. Hier war er zuletzt. Sieht ihn einer von euch. Verdammt. Das ging in die Hose, weil er zurückgegangen ist. Nochmal, nochmal. So, jetzt brauche ich... Nummer 8. Nein. Hä? Ja, nicht die Fernlenkerle. Dann stelle Batarang, Batarang, Batclaw. Ich wollte eigentlich herziehen und dann ausknocken, aber... Nun gut. Kann nicht alles immer so trappen, wie man sich das wünscht. So, die bewachen die Tür. Sie bewachen sie nicht grundlos. Also man merkt, das Spiel ist trotzdem, als es so alt ist, immer noch total buggy. Also, dass ich da durch Häuser durchfalle, auf Häuser teilweise gar nicht raufkomme. Äh, das ist schon... ...schwach. So, da brauche ich das Explosivgel. Hast du das gehört? Ja, wahrscheinlich wieder eine geplatzte Leitung. Würde mir das ja liebend gern ansehen, aber weißt du, meine Schicht ist vorbei. Lob. Lob hat das verstanden. Aber Gordon spielt nicht fürs Krieg. Ja, aber was erwartet er, dass wir von den Polizisten gehalt legen können? Irgendwer sollte ihm mal eine Lektion erteilen. Es wird nicht einfach, aber wenn ich auf die Verbrecherdatenbank zugreifen und erfahren will, was in den Lazy Towers passiert ist, muss ich den Serverraum finden, ohne entdeckt zu werden. So. Mach auf da, Junge. Es sind insgesamt acht Killer in der Stadt heute Nacht. Unseren spärlichen Informationen zufolge gehören sie zu den gefährlichsten Kriminellen der Welt. Wie wir von Whalen Jones erfahren haben, wetteifern sie um ein enormes Kopfgeld, das Black Mask auf dem Kopf der Fledermaus ausgesetzt hat. Hau. Naja, sie sollten den Tatort sicher nicht... ...müssen sie so brutal sein, Sir. Das sind Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Genau, darum geht's. Sie wissen nie, ob ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Schauen wir mal. Ja! Voll in die Fresse! Okay. Gibt's hier denn einen Schleichweg? Nein. Formiert euch! Festnehmen und abfüllen! Wir vergessen nicht! ... So! Ihr Schlafmützen! Die Jungs haben das nicht mitbekommen. Hä? Na, Gott sei Dank. Na ja, die sind verriegelt. Bei solchen Türen bringt mich mein kryptographischer Sequenza nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, und was ist das hier? Was kann man denn da machen? Hä? Was kann man denn da machen? Hä? Ach, ich druck immer die falsche Taste. Das ist das gleiche. Ich hab's euch doch gesagt! Ich hab gesehen, was ich gesehen hab! Ist er wo? Ich bin mit seinem Drei-Tagen-Click. Hab ich doch gesagt! Das Vieh ist aus dem Nichts gekommen! Okay. Okay. Was ist der Lagerraum? Kommen wir hier aber auch nirgends durch. Hm. Hm. Es gibt auch keinen weiteren Weg oder so. So. Kann man das Glas vielleicht sprengen? Ne. Juckt die Burschen auch gar nicht. Ich kann das Ding auch nicht verkloppen oder so. Es ist... Ich kapier's nicht. Ich hab ja auch keinen Zugangspunkt dazu. Ah! Ah! Warum nicht gleich so? Maija, maija, mai, das muss erst mal singen. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrogs Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Okay, hierher. Während ihr Schwachköpfe im Blackgate die Putzkolonne gegeben habt, haben sie auch Kohle gesichert. Wir haben ein Deal mit Black Mask. Wenn einer von uns die Fledermost tötet, bevor seine Killer es tun, kriegen wir das Kopfgeld. Die ganzen 50 Millionen. Für diejenigen, die in Mathe gepennt haben, das heißt Vorruhestand für uns alle. Wenn ich nicht aufpasse, alarmiert diese Wache die anderen. Scheiße! Ja, die tut mir auch leid. Der Gerechtigkeit wurde genüge getan, Jungs. Also, sehen wir mal unter die Maske. Ja, Scheißendreck. Nicht geräuschlos genug, ich hätte nicht... Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrogs Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Und das machen wir in der nächsten Folge.